So, willkommen bei einem neuen Let's Play Plants vs. Zombies nach Fifa 11 und nachdem ich dann in Form 1, 2, 1 abgebrochen habe, fange ich mit Plants vs. Zombies an und ich muss die gerade schon bölken, ähm, Spieltester, kann man hier irgendwo die Lautstärke ein bisschen leiser machen, so, ist auch schon viel besser, so, ähm, Stadventure, und wir fangen an, das ist immer noch so laut, Ja, das Spiel ist eigentlich ganz lustig, ich hab gerade schon mal so ein bisschen angezockt, hab auch schon aufgenommen und dann war die Aufnahme viel zu leise und, ja, das, da kann man natürlich nicht mehr anfangen, so, Spieltester, das Haus, ja, da sind schon mal 5 Zombies, alle net gekleidet, wenn man das so sagen kann, so, setzen wir mal so ein Ding da hin, nice to dance, son, So, ich weiß ja schon, wie das erste Level geht, das ist gar kein Problem hier. Setz wir da so ein, zack, mit dem nächsten. Zombies are coming. Zombies are coming. Kommt doch eher morgen. So, ja, die Pizio-Bohnen-Erbsen-Schießer-Dinger da, die knallen jetzt erstmal die Zombies da weg. So, jetzt gehen die mal alle im Sterben. Ja. Dun-din. Sunflower, Sonnenblume, Gizio-Edition-Sun. Okay. Oh. Das sind schon einige mehr, das ist natürlich nicht fotografiert. Aber egal. Funktioniert. Kotzen Dinger aus jetzt hier, ja, sauber. So. So. So, jetzt ober ich mal so. Die Zombies are coming. Falschgesetzt. Scheiße. Nein. Noch eine Sonne! Schnell! Schnell! Mach eine Sonne! Ja! Mach ihn kaputt, Junge! Mach ihn kaputt, mach ihn kaputt! Ey, mach ihn kaputt! Okay. Dann war es doch nicht so... Doch nicht so aufregend. So, der wurde getötet. Erfolgreich natürlich. Wir bohren hier unten noch einen, den wir auch so gleich setzen. Ah, jetzt räumen wir da in der Mitte noch einen. Mach mal eine Sonne hier, los! Sonnenblumen! So. Jetzt können wir erstmal schießen. Ja. Zweite Welle ist das jetzt. Also zweites Level sozusagen. Jetzt werden die hier noch getötet. gut. Herrlich. So, Cherry Bomb. Hier schon wird. Blows up all zombies in an area. Okay. die musik ist lustig kein zorn ist an nichts kommen Scheiße. So. Kommt viel zu früh. So. Oh nein, oh nein. Schnell! Ja, sauber. Die liefern mir immer rechtzeitig in die Sonne. Das ist sehr gut. Mach ihn noch kaputt. Ja, endlich. Jetzt findet uns da noch einer. Puh! 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 Das ist so geil. Kotzen die Dinger da aus. Puh! Puh! Ja. Ähm, setzen wir mal da einen Händen, weil da oben wir da rein. Puh! 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 aufbaut von menschen texen johannes gut sind ja das war's erstmal für den part und ja es geht gleich weiter also bis dann